Ich habe hier einen Kurschen. Eine Kursche. Eine Kursche. Achtung. Du hast sie! Du hast sie wieder auf den Weg. Und du hast sie in den Schuhen. Du hast sie wieder auf den Weg. Du hast sie gewonnen. Du hast sie mit dir. Du hast sie gewonnen. Ich habe sie wieder nach. Das war das. Guten Tag! Du musst mal etwas probieren. Bunch oder Kinder? Lübe! Oh, geil! Warte ein bisschen! Hallo! 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 Grüß! Oh, der schaut leibernd aus. Der ist schon leer. Der schaut aus wie in die Zeit. Ist das nicht leer oder weg ist? Danke. Hey! Welcome back! Wo ist die Harzahn? Weiß ich nicht wo die Harzahn ist. Sau Harzahn. Genau. Der hat schon gehofft. Der hat schon gehofft. Der hat schon gehofft. Der hat schon gehofft. Der hat auch gehofft. Der hat schon gehofft. Der hat noch gehofft. Der hat schon gehofft. Der hat schon gehofft. Die Stadt ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Schaut mal an, ja? Ich film euch alle. Ich stelle euch alle online. Wien ist auf Nacht immer am schönsten. Da sieht man die Leute nicht so gut. Nacht und Nebel hat was in Wien. Wir müssen fahren hier in das Kleinwitz. Ja. Nein, ich bin mir so angestellt. Wir müssen das verstehen. Ich bin ein syrischer Student, der was in Wien Kriegskunst studiert. Ich bin ein syrischer Student. Ich bin ein syrischer Student. Ich bin ein syrischer Student. Ich kann hier auch bei unseren Wien liest. Ich nehme einen nee. Nein, nein. Siehst du das? Ich bin ein Tourist, ich kann alles machen. Wir kommen da. Applaus Vielen Dank.